ja mit cost of tsushima habe ich auch noch einiges vor mir das wird auch noch eine längere geschichte aber hierfür zwischen muss musste nicht unbedingt machen aber es ist halt schade dass er dem keine chance mehr gibt ich bin auch so ja muss oft bei dir dabei als lörg ist schon klar ich nicht oder was ja ich nicht oder was ja ja gut das mache ich kann schon mal nicht so lange müssen wir noch ab und zu machen ich muss ja ich habe nichts gesagt das war zu heftig wir haben die führung verloben jetzt habe ich mich gerade gerade sogar ein bisschen erschrocken wo kommt die denn her das ist ja die reine eskalation hier jetzt gerade im stream aber da habe ich gerade schon wieder eine sieben abschlussserie hatte wie einer klasse das problem ist halt damit soll ich dann aufgehen oder was ich bin so ich habe gesagt ich schieß auf alles was mich passiert bewegt ich kenne hier keine gnade hier gibt es kein freund und feind mehr wird alles weggerotzt hauptsache kills du hast meine statistik dort durcheinander das geht so nicht ich kann nicht mal freunde und feind unterscheiden jetzt müsste schon hochkommen jetzt kein auto wieso schießt der auf mich wieso schießt der mich ist der bescheuert was ist denn das für einer hat er so viel gebrochen mit dem geschütz gleich dort wieder von hast du es wenn die von hinten kommt feindliche fernlenkladung 6 feindliches spionageflugzeug über euch in position ein hey 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 Scheiße. Er hat ja auch noch gekriegt außen jenseits, ist das cool. Hat mich gekillt und meine Semtex hat noch schön in die Luft gejagt. Feindliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Schöter. Schade. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Nachladen, naja gut, das ist typischer Standort. Habt ihr dich gesehen? Dich auch. Dich auch. Dich auch. Hey. Ich habe uns auf die Minikarte schauen, hilft dir doch. Alter, was ist denn los hier? Ich bin ja total am eskalieren in der letzten Runde. Ich glaube, das muss eine Highlight-Folge werden. Alter, ich habe 41 Kids geholt, aber geht da gar nicht. Begibt es. Die Ortsnode wird zusammenbrechen. Bist du, oder? Ja. Jogi, hast du Krieg gesehen? Im Augenwinkel noch. Dexter, Serdar. Das war's für heute.